ja allo und herzlich willkommen zu Hardcore Season 2 das ist ja jetzt nicht so lange wurde und von einem Abonnenten sich fiete bis gewünscht oder wartet ich schaue kurz nach welcher Abonnent das hier war wartet kurz ich schaue kurz wartet der hat sich das hier gewünscht und den erwähne ich jetzt hier auch Yannick Sima Yannick der hat sich das hier gewünscht und ja für den habe ich mir halt einfach mal Fiete Beast ausgeholt und wir haben jetzt hier natürlich Hardcore rein und nenners let's low create new world so gut fiete bis sollte so gut wie jeder kennen ja das ist das naja was es ist sowas wie TechEd eigentlich so so es ruggelt am Anfang immer wenn sich die Welt generiert und wir fangen direkt mit Holz an so zack äh machen wir uns direkt nachzwischen schneller Holzfangen können ihn zack zack so so ist hier kein Tree Cup Potato drin oh das ist natürlich ein bisschen blöd ich glaubt hier ist Ding drinnen wie heißt das naja äh klein Timebarmod ist drin hab ich geglaubt aber hab ich mich hab ich falsch geglaubt naja egal wir können tickt die 교, die durch ist kohlen ding 8 8 die weg 8 aleister machte viel schaden 8 also das ist fehl gewesen welche ziehe gestorben muss ich aufpassen so schnell schnell so hoffentlich kommt die nichts er mein gehirn das habe ich ja nicht das brauche ich also der minimap wie ihr seht sind da ist normalerweise die menü ganz schön viele viecher wenn ihr ja das sind sie nicht so cool aber wahrscheinlich sind eher unter uns so sagt dass wir weg und schwertet ihr uns machen soll egal ist bei cola die die themen wie bank Kuhler also wir versuchen zumindest fünf Wochen zu überleben wir sind es die Gegend sind schon ziemlich hart weh ihm hat gesehen hat das mit dieses diese zum Beispiel er schon er hat ziemlich stark er offen war dass wir so lange wie möglich überleben können so ein bisschen noch ihn mit Kabel Kabel ich mache so schwer uns gleich zwei und und immer gleich auch noch mit weiter geht's mit Holzfarmen Holzfarmen Holz oh fuck es wird glaube ich dunkel dass ich die Spiele auf düster oder nicht auf düster auf äh brightness ganz niedrig kürzessen damit es nicht lag weil ähm wenn es höher steht dann lag es ein bisschen und so ich spiele hier mit konstanten 60 fps ja bisschen Eisen wäre natürlich cool aber irgendwie träum ich mit so einer Höhle jetzt schon mal um ohne irgendwas aus dem Schwert da kommt schon sowas was ich nicht wollte so ein Krippler oh roten Flash so so chopp haben wir mal oh sind die viele Monster fuck nicht allzu viele und was ist das fuck 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 okay wollen wir einfach mal ab ach alter weg 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 Essen zum Leben generieren und jetzt drauf Junge ich bin der Spinner also von den von diesen blauen Dingen nicht so viel ich glaube das nicht allzu selten so baue ich jetzt nicht so viel davon ab und eher ein bisschen mit Chopper Eisen wäre eigentlich ganz cool für Rüstung naja man kann nicht alles haben machen ach cool ich würde nicht verhunger also Hunger Ding ja ich bisschen Eisen ne ich glaube da unterdraue ich mich jetzt noch nicht gut ohne nicht mal ein bisschen Rüstung da ist noch sowas immer das kann ich erst mit dem machen ich weiß nicht für mich zu untertrauen ne in einer Art Köln ist wäre ja nicht sonst hätte ich gemacht aber in Hardcore mal nein naja lieber nicht so Egal halt zu bauen weischt glaube ich jetzt dann gleich dunkel dann werden wir uns in der Höhle verkriechen Oh, hier könnten wir auch einfach noch finden. Oh ne, das ist da, wo wir vorher waren. Ach, meine Orientierungssinn. Ich sollte mich in so einer Höhle dann verkraben. Oh, da ist noch eine Kuh. Äh, noch ein paar Kuh. Dieses Fleisch, wenn wir uns nachher in unserer Base machen, ich guck, kleine Base. So, dass wir für den Notfall mal was haben. Hm, da ist noch... Uh, viele Kühe. Genug Essen. So. So. So, du wirst ja noch geschlachtet. Du auch. Schau mal kurz, wie lange wir noch aufnehmen. Nein, nicht auf Kamera. Ah. Nein. Ich versuche hier Uhr. Acht Minuten, okay. Nehmen wir schon auf. Alter, ich muss mir jetzt dann unbedingt in den Ofen machen. Der muss unbedingt das Fleisch braten. Ach, wir haben ja schon 37. So. Ich könnte mir einen Lederhahn nicht schon mal machen. Wenigstens mal was. Das ist ein bisschen Rüstung. Öl. Den Ufer haben wir hier im Schirm müde Rüstung nennen. Alter. Wie viele Kühe. Geil, geil. So. Manu, Seißen wird echt schon knapp. Wow. Alter, was für geile... Bäume. Was sind das denn bitte? What the fuck? Wird's klar... Timer-Mod drin. Das wäre geil. Dann hätten wir viel Holz. Alter, jetzt haben wir schon wieder 27. Aber ich glaube, eins sollte ich einmal essen, damit wir nicht die Beine haben. Oh fuck, es wird dunkel. Noch eins zum Rennen. Mann, ich glaube, ich will nicht rennen. Noch eins zum Rennen. Zu unserem Ofen. War hier unser Ofen? War der? Mann. Eine Orientierungssiege ist so schlecht. Oh. Oh. Wo ist mein Ofen? Ah, da. Gut. Das ist ja auch noch 60... Oh, 60 Stück, Junge. Das ist schon ganz schön viel. Und immer mehr. Also für Essen haben wir für den Anfang schon mal genug. Aber nur für den Anfang, ja, ja. So. Sitzt aber schon dunkel. Nein. Uff. Nicht, das ist fast lang. Ich muss nur noch eine kleine Welt machen. Alter. Fuck. Scheiße. So ein Gigant-Zombie. oder wie auch immer da ist ein ofen schon noch ein schwert quatsch werden natürlich cool holen sie es einfach mal oh gott die nacht werden wir schwer überleben ohne kaum rüstung ohne rüstung und ich oh fuck 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 schaut mal auf die mini-map scheiße das ist nicht so cool nein nein runter unbedingt was zu bauen so gut ich werde mich so ging so ein bisschen aushöhlen also diese Welt bleibt nicht für lange das und die bleibt sich nur für ganz kurz das bis wir diese Nacht überstanden haben so blöd wenn wir hier keine Tag machen können oder so oder so kein Bett haben ich mach das gar nicht auf oder ist gar nicht da raus Kohle ja wenigstens war es ich habe so ein bisschen eine hilfe die sich eine mine sind das wette ich ich wette jetzt hier kommt nur gleich in so eine Mine oder so Marble oder in eine Schloch ja da werden wir mal was zum erkunden haben aber das glaube ich seht ihr alles in der nächsten Episode also dann Tschööö